Heute findet zum dritten Mal der INNO Tech Day statt. Eine Veranstaltung der EDA Group, um Zulieferer aus den Bereichen Leichtbau und Elektromobilität hier nach Fulda zu holen, um unseren Ingenieuren ein Update zu geben, was in diesen beiden Trendbereichen Elektromobilität und Leichtbau möglich ist. Wir sehen es als eine ganz wichtige Erfolgskomponente an, dass sich Engineering-Dienstleister und Zulieferer aus dem Bereich Leichtbau und Elektromobilität miteinander unterhalten, denn nur in dem Zusammenspiel zwischen Zulieferern und Entwicklungsdienstleistern können wir dafür sorgen, dass diese Technologien zu schlüssigen Fahrzeugkonzepten in Serie umgesetzt werden. Ich bin sehr glücklich und auch ein bisschen stolz darauf, dass wir es hier doch alljährlich immer wieder schaffen, sehr interessante Unternehmen zu uns zu holen, um mit uns Gespräche zu führen über zukünftige Einsatzmöglichkeiten ihrer tollen Produkte und Ideen. Das Thema Leichtbau ist natürlich ein großes Thema jetzt im Automobilbereich und unsere Produkte bieten eigentlich die Möglichkeit, verschiedene Materialien, sprich Stahl, sprich Aluminium, sprich CFK-Werkstoffe miteinander zu verbinden und damit auch die ausgetretenen Pfade, zum Beispiel Schweißen, Schweißmuttern, Schweißbolzen usw. zu verlassen. Unsere Produkte sind sehr stark erklärungsbedürftig und wir suchen die Kontakte zu den Entwicklungsabteilungen, zu den Entwicklern und da ist die Firma EDAK natürlich ein sehr starker Partner für uns. Carbon ist ja, ich will nicht sagen, die Königsklasse des Leichtbaus oder ein sehr prominenter Werkstoff, aber auch hier finden ja stetige Innovationen statt. Welche Evolutionsstufen von Carbon und Fasservorbundwerkstoffen haben Sie uns dieses Jahr mitgebracht? Nun ist es natürlich Ziel des Carbon und Composits, den industriellen Durchbruch, Hochleistungsfaserverbundstrukturen voranzutreiben, in die Anwendung zu bringen und zum Zweiten natürlich auch, sagen wir mal so, am Institut für Leichtbaus und Kunststofftechnik verstärkt auch die Mischbauweisen zu forcieren. Wie schätzen Sie so dieses Trio OEM, EDL und Hersteller, wie Sie es sind, ein? Also ich würde sagen, erfahrungsgemäß von den Projekten, die wir forcieren, die auch entstehen mit Partnern zusammen, ist beides ein großes Thema. Also es gibt halt Entwicklungsprojekte ganz gezielt direkt mit dem OEM. Das heißt, da wird wirklich auch, wir entwickeln komplette Serienprozesse, nicht bloß Bauteile, Strukturen, sondern komplette Prozesse auch, Serienreifen übergeben das an den OEM. Aber es passiert natürlich auch, dass man mit dem Entwicklungsdienstleister zum Beispiel Sachen gezielt entwickelt, die der Entwicklungsdienstleister natürlich einer breiteren Front an OEMs anbieten möchte. Also das ist beides, ich würde das einschätzen 50-50, das ist beides sehr befruchten. Es gibt natürlich auch Projekte, wo alle drei mit an einem Tisch sitzen. Das ist aber der Struktur des Projekts geschuldet. Ja, Sie haben ja die Technologie des Taylor-Rolled-Blanks mitgebracht. Konnten Sie hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, sprich unsere Entwicklungsspezialisten aufschlauen? War diese Technologie schon allen Teilen bekannt? Also wir stehen schon sehr viel in Kontakt auch mit EDAG-Leuten, was diese Technologie angeht. Da gibt es auch schon einige Experten, mit denen konnte man nochmal einige Detailfragen klären und auch noch ein paar Sachen auffrischen, denke ich. Und es gab auch einige neuere Kollegen, die da noch nicht viel Kontakt mit hatten. Und ich denke, da war es ein guter Punkt, denen das mal näher bringen zu können. Und ich denke, da war es ein guter Punkt. Ja, der Indotec Day ist ja eine Veranstaltung, damit auch wir Mitarbeiter uns aufschlauen, was momentan state of the art ist, welche neuen Materialien, Methoden, Prozesse auf dem Markt verfügbar sind. Ich frage mal dich, Joachim, für dich in deinem Arbeitsbereich, welcher Stand, welches Thema hat dich hier besonders beeindruckt am heutigen Tag? Also ich für mich habe eine Firma gefunden, die mir ein Werkzeug an die Hand gibt, mit dem ich relativ schnell eine Bauteilkostenermittlung durchführen kann. Das kann ich so nicht und das wäre klasse, wenn das zum Einsatz kommen könnte in meiner täglichen Arbeit. Ja, schön, dass der Indotec Day seinen Zweck erfüllt hat, nämlich dass wir neue Werkzeuge kennenlernen, die wir operativ in unserer täglichen Entwicklungsarbeit einsetzen können. Ja, schön. Vielen Dank.